Heute schneiden wir einen Apfelbaum und zeigen euch die Basics, auf die es dabei ankommt. Ihr könnt nämlich viel weniger falsch machen, als ihr vielleicht denkt. Es kommt nur darauf an, ein paar gute Gerüste es stehen zu lassen. Zu wissen, welche Zweige auf jeden Fall weg müssen und an welchen die besten Äpfel reifen. Herzlich willkommen in der Biogartenwelt von Gradenrüben. Ich freue mich, dass mir meine Kollegin Eva heute beim Baumschneiden hilft und ich bin gerne hier bei dir im Garten, Corina. Das ist also unser Kandidat für heute, Corina? Ja, das ist der Baum meiner Tochter. Der ist genauso alt wie sie, also so ungefähr zehn. Und fast so gut erzogen, nehme ich an, aber eine Weile nicht geschnitten worden, oder? Ja, die letzten zwei Jahre bin ich nicht so ganz toll dazu gekommen und ganz oben auch schon drei Jahre nicht mehr, wie man sehen kann. Ich weiß schon, eigentlich sollte man so einen Baum jedes Jahr schneiden, bis er so zwölf Jahre alt ist, aber ich habe es nicht geschafft. Naja, jetzt sei nicht so streng mit dir, Corina. Wir wissen beide, das heißt beim Obstvorschnitt fünf Experten, sechs Meinungen. Keine Ahnung, warum manche so eine Wissenschaft draus machen. Ich glaube, dass das so ist, weil man nicht sofort sehen kann, was man anrichtet mit dem, was man da schneidet, weil die Wirkung vom Schnitt ja immer erst in der Zukunft zu sehen ist. Da könntest du recht haben. Und außerdem ist ja die Schnitttechnik nicht das Einzige. Genauso spielt die Sorte eine Rolle, es spielt die Unterlage eine Rolle, worauf die Sorte veredelt ist. Das Wetter hat auch einen erheblichen Anteil. So genau kann also auch der Superprofi nicht sagen, was der Schnitt bewirkt. Aber es gibt doch einige Grundregeln. Und wenn wir die beherzigen, haben wir nachher auf jeden Fall einen Baum, der wieder jung und vital weiter wachsen kann und viele Jahre lang Früchte tragen wird, oder? Was meinst du? Kriegen wir hin? Kriegen wir hin. Und der Vorher-Nach-Effekt wird auf alle Fälle echt groß sein. Alles, was ein richtiger Apfelbaum braucht, hat er eigentlich. So eine schöne gerade Stammverlängerung und ein paar gleichmäßig verteilte Leitäste. Da Nummer eins zum Beispiel, Nummer zwei und den noch, Nummer drei. Und mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Drei bis vier kräftige Leitäste, die drumherum verteilt sind. Nur was ich mich frage, was ist mit ihm hier? Wollte der auch mal ein Leitast werden? Ja, wahrscheinlich und er hat sich da nicht so recht getrat. Aber den schneiden wir jetzt auf alle Fälle gleich ab. Hast du eine Säge einstecken? Ich habe sie immer dabei, ganz klar. Meine Klappsäge. Also der kommt weg. Du bist entschieden. Ja. Gut. Ich säge hier entlang des Astrings, also nicht zu nah am Stamm, damit ich ihn nicht verletze, sondern ein bisschen schräg. Das kann man ganz gut erkennen, da ist so ein kleiner Wulst im Ast. Denn dann verletze ich die Rinde am Stamm nicht und die Wunde verheilt relativ zügig und gut. Gut. Ich halte hier den Ast, den ich absäge, gut fest, damit er mir nicht einreißt unten und dann eben doch die Stammrinde verletzen würde. So, der erste Ast ist ab. Und jetzt arbeiten wir uns vom Groben ins Feine vor. Erstens, damit wir Schritt für Schritt beurteilen können, was als nächstes dran ist und damit wir uns nicht irgendwo in einer Zweigspitze verkünsteln. Wenn wir da oben rum schnippeln und nachher doch entscheiden, dass ein dicker Ast weg muss, haben wir uns unnötig Arbeit gemacht. Deswegen gehen wir jetzt an die Leitäste. Ah, da bist du schon mit der Leiter, sehr gut. Warte, ich halte sie dir kurz fest. Ich befürchte, da komme ich anders nicht hin. Ja, ich denke, da müssen wir jetzt ran, oder? Ich würde ganz gern den lassen und den rausnehmen, weil der so eine große Konkurrenz zur Stammverlängerung ist und so steil nach oben geht. Genau, der geht sehr steil nach oben und wir wollen eigentlich viele relativ flach abzweigende Äste, denn an denen wachsen die besten Früchte. Den werden wir jetzt aber auf dreimal schneiden, oder Eva? Ja, besser ist das. Der ist doch sehr dick, damit er uns hier nicht abreißt und unseren Leitast verletzt. Ich säge jetzt erstmal hier ein Stück ein und dann ein Stück drüber, ganz durch. So, gibts den hier? Ja. Achtung! Baumen fällt. Baumen fällt. Ja. Jetzt müssen wir nur noch den Stumpen da wegschneiden. Das kriegst du hin. So. Na klar. Wieder entlang des Astrings, oder? Ja. Geschafft. Wir schmieren jetzt da auch gar nichts drauf, denn der Baum hat hier außen ein Gewebe, das die Wunde ganz schnell verschließt. Als nächstes kümmern wir uns um die Seitenäste. Da wollen wir pro Leitast drei bis vier stabile erhalten und entscheiden uns jetzt mal, welche das sein sollen. Welche würdest du denn stehen lassen? Schau mal, ich würd den da behalten. Ja, der wächst ja schön da raus. Da fehlt noch was. Den da. Und der muss auf alle Fälle weg. Der wächst hier so über Kreuz und so steil. Den würd ich behalten. Den lass mal. Und dann haben wir ja schon drei. Jawohl. Okay. Dann legen wir los. Ich glaub, für da unten brauchen wir eine Säge. Dankeschön. Willst du gleich den absägen? Also bis daumendick traue ich mich immer mit der Schere, aber danach nehme ich gerne die Säge. Ich halt den Ast lieber fest, denn sonst habe ich auch hier wieder das Problem, dass er mir beim Abbrechen die Rinde verletzen könnte. Super, danke schön. Und raus damit. Den da als nächstes, oder? Ja. Machst du das? Gib mir mal die Säge. Ach so eine Gaudi. Na Eva. Das machen wir morgen gleich wieder. Aber Corinna, jetzt traue ich mich nicht mehr. Ich möchte einen Baum nicht verhunzen. Da muss man wieder helfen, womit wir weiter machen. Da brauchen wir aber eine Leiter. So, alle überzähligen Seitenäste haben wir jetzt entfernt. Jetzt kümmern wir uns um das Ende von diesem Leitast. Schau mal, der hat jetzt da zwei Spitzen. Ja. Nehmen wir die Innere raus. Jawohl. Damit wir keinen Konkurrenztrieb produzieren. Dann hat er letztes Jahr auch noch ganz schön viele Wasserschosser getrieben. Die müssen auch alle raus. Das sind diese langen und steil aufrecht stehenden Triebe hier. Weil die machen nur Blätter, aber Früchte reifen an denen nicht. Den kannst du auch noch, genau. Aber den Seiten hast du den flachen, hier lasse ich, oder? Ne, ich würde den ganz da wegnehmen. Nimmst du den ganz raus? Das heißt, wir haben jetzt hier eine schöne Spitze. Genau. Ohne Konkurrenz, richtig? Du siehst es von oben unten besser. Ich würde auf alle Fälle gleich noch die nach innen stehenden Triebe entfernen. Richtig. Alles, was nach innen steht, beschattet nur und stört. Wieder. Und den da. Das gefällt dir, wenn du mich so rumkommandieren kannst. Der hier wächst nach unten. Den wollen wir auch nicht haben, oder? Den könntest du auch nach oben anschneiden. Soll ich ihn hier abzicken? Ja. Das heißt, damit bewirke ich, dass hier im nächsten Jahr was austreibt. Nicht mehr nach unten, sondern nach schräg oben. Oder nach oben weg. Ich schneide ab nach vorne. So, jetzt muss einer da hoch, damit wir uns die Spitze vornehmen können. Wollen wir schnick, schnack, schnack machen? Wie du willst. Schräg, schnack, schnack. Na super. Du hast es so gewollt. Viel Spaß. Aber du musst mir sagen, wo ich schneiden muss. Und ich halte die Leiter fest. Du kannst dich ganz auf mich verlassen. Wie immer. Welchen soll ich abschneiden? Den da, Eva? Der, der näher zu dir zeigt. Den da, so? Jawohl, genau richtig. Super, machst du das? Wir entscheiden uns jetzt für eine Spitze. Damit der Baum nur eine Spitze versorgen muss. Und damit er auch weiß, wohin er seine Kraft schicken soll. Das geht aber echt schwer. Geschafft, geschafft. Hier ist jetzt so ein Zapfen stehen geblieben. Den muss ich noch mal abschneiden. Warum die Corinna sich da oben jetzt noch so abmühen muss? Weil es ist ein kleiner Zapfen übrig geblieben. Und wenn der stehen bleibt, können darüber Pilze und andere Krankheiten eintreten, die den Baum schwächen. Du schaffst das, Corinna. Auf geht's! Handtiertraining vernachlässigt die letzten Monate. Aber jetzt hab ich wieder runter, oder? Du bleibst schön da oben, oder willst du die Spitze so lassen? Ach Gott, das muss ja auch noch alles weg da. Auch von dem oberen Quill darf nur einer stehen bleiben. Und die anderen, die mach ich jetzt alle noch weg. Die Corinna, die hat's drauf, oder? Aber jetzt darf ich runter. Jetzt darfst du runterkommen. Super gemacht. Das Grobe ist erledigt, jetzt geht's an die Feinarbeit. Und da leite ich jetzt zum Beispiel diesen Ast auf diese Abzweigung ab, indem ich das steil nach oben ragende herausnehme. Weil nur an den flacher abzweigenden Ästen bildet sich Fruchtholz. Außerdem schau mal, Corinna, der geht hier ganz schön steil hoch. Soll ich den noch auf irgendeine Knospe zurücknehmen? Ja. Schau mal, nimm doch die da. Die hier? Die da. Okay. Also schneide ich hier noch auf eine nach außen stehende Knospe. Dann kann hier, kann er erst hier austreiben und wächst auch flacher nach außen und nicht mehr so steil nach oben. Hier ist noch ein Wasserschosser übrig geblieben. Den nehme ich auch wieder raus, weil eben daran bilden sich nur Blätter, keine Früchte. Okay. Außerdem entfernen wir alle Äste, die nach innen wachsen. Und alle, die sich überkreuzen. Ja, der sieht doch jetzt ein bisschen anders aus als vorhin. Ja. Wir haben uns also, wie gesagt, Schritt für Schritt nochmal alles vorgenommen. Erst das ganze Gerüst angeschaut und da korrigiert, wo wir der Meinung waren, da muss was weg. Und bei den Leitästen uns starke Seitenäste ausgesucht, die bleiben dürfen und andere entfernt. Ja, und bei den Seitenästen haben wir uns dann auch jeweils nur ein paar ausgesucht, die da bleiben dürfen. Alles, was nach innen wächst, haben wir rausgenommen, damit wieder Licht und Luft in die Krone kommt. Genauso, wenn sich irgendwo was überkreuzt hat, haben wir uns für einen entschieden oder beide rausgenommen, sodass wir am Schluss jetzt eine luftige Krone haben, wo die Sonne gut reinkommt, wo das Laub schnell abtrocknen kann, sodass Pilzkrankheiten keine große Chance haben und die Äpfel schön reifen können. Und zum Schluss haben wir jetzt bei allen Außenästen noch auf eine äußere Knaspe angeschnitten, damit der Baum schön weiter wächst. Wir hoffen, ihr traut euch jetzt an euren Apfelbaum, denn wenn ihr die paar Grundregeln beherzigt, kann wirklich nicht mehr so viel schief gehen. Und falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie uns doch einfach in die Kommentare. Wir würden uns über einen grünen Daumen freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und falls ihr keins mehr verpassen wollt, abonniert doch einfach unseren Kanal und vergesst die Glocke nicht. Und für alle, die Krause und Rüben bisher nur als Zeitschrift kennen, habe ich noch eine tolle Neuigkeit für euch. Ab sofort gibt es uns auch als Digital-Magazin. Wie ihr da dran kommt, verlinken wir euch unten. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss! Tschüss!